Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 5. Juli Also auch sollst du deinen Weinberg nicht genau lesen, noch die abgefallenen Bären auflesen, sondern den Armen und Fremdlingen sollst es lassen, denn ich bin der Herr, euer Gott. 3. Mose 19, Vers 10 Ist das nicht ein wundervolles Wort? Es sagt, Gott hat gern großzügige Leute. Er liebt das kleinliche und knausrige Wesen nicht. Es gibt eine Unmenge Witze über die Schotten, in denen werden diese als lächerlich geizige und sparsame Leute verhöhnt. Diese Witze sind eigentlich eine große Ungerechtigkeit gegen ein Volk, denn wenn wir richtig zusehen, werden wir entdecken. Diese Fehler haben wir alle von Natur auch, wenn es um andere geht. Natürlich, uns selber gegenüber können wir wunderbar großzügig sein. Es kommt uns nicht darauf an, rechtsplendit gegen uns selbst oder für die unseren zu sein. Aber wenn es um andere geht, um Bedrängte neben uns oder um die Nöte der Welt, dann bemerken wir auf einmal, dass wir es uns nicht leisten können, Weintrauben und abgefallene Bären, um im Bild unseres Textes zu bleiben, zu verschwenden. Da werden wir dann recht kleinliche und armselige Leute. So gefallen wir Gott nicht. Er selber ist ja so unerhört großzügig. Er lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Ja mehr. Er gibt seinen lieben Sohn Jesus in den Tod für seine Feinde, für uns Sünder, die ihn täglich beleidigen. Die ganze Bibel ist ein brausender Lobgesang für die Großzügigkeit Gottes. Der Apostel Johannes rief, davon überwältigt aus. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Dieser große Gott hat nicht gern kleinliche Kinder. Darum gab er seinem Volk Israel dies Textwort. Und sein Geist will uns ihm ähnlich machen. Herr, vergib uns unser Wesen und erneuere uns. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen. Aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Jesus Christus segne dich.